Auch kein Bock mehr auf das Immergleiche? Willst du auch endlich mal den Kopf freikriegen? Lust mal was ganz anderes zu machen? Vor allem woanders? Dann nix wie hin und weg. Deine Messe für deinen Auslandsaufenthalt. Egal ob Work & Travel, auf die Highschool, als OPA oder im Freiwilligendienst. Am 5. März und nur im Roxy Ulm.